Musik Diese nette Frau kocht hier jeden Tag für mehrere hundert Kinder hier irgendwo im Niemandsland von Kambodscha. Und wir sind in der Lage für nur 4,60 Euro, 100 Kinder jeden Tag, unter anderem auch hier in Kambodscha und in anderen vielen Ländern dieser Welt zu ernähren. Und ich möchte Sie bitten darüber nachzudenken, was wir mit 4,60 Euro, mit Ihren 4,60 Euro machen können, wenn auch Sie uns unterstützen würden. Und dazu möchte ich Sie herausfordern. Werden Sie Partner von VitaHungel und helfen Sie mit, für ganz wenig Geld ganz viele Kinder zu ernähren. Musik 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 Musik